Jawohl! Es ist der zweite Tag! Seid ihr mit mir? Ich hoffe es. Also, heute ich möchte fragen, was ist das? Was ist das? Das ist eine Kerze. Es ist die Kerze. Kerze, Kerze heißt Kerze, also die Kerze. Auf Englisch, man kann es gut erinnern, dass man sagt die Kerze, denn most words that end in E probably take the gender D. Danke Frau Young!